Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir den TR8550, den haben wir angeboxt und haben uns angeschaut, was alles bei der Verpackung dabei war. Jetzt wollen wir den Drucker natürlich auch mal einrichten und starten und schauen, was man da alles machen muss. Wir haben den Drucker jetzt schon mal eingeschaltet. Ich würde den Display jetzt einfach mal nach oben machen. Das werdet ihr gleich sehen im Video. Und dann werden uns schon die ersten Fragen gestellt, wie man den Drucker einrichten kann. Und das sieht man hier in Form von Sprachen. Ihr habt alle Möglichkeiten. Portugiesisch, Norwegisch, Spanisch, Italienisch. Wir wollen natürlich Deutsch. Das nächste ist die Frage nach dem Land. Da ist ganz klar, wir sind ja in Deutschland, also geben wir Deutschland an. Das nächste wird sein, das ist die Entwicklung zur Vermarktung von Produkten. Die Anforderungen von Canon, die müssen wir natürlich akzeptieren, damit wir das Gerät vollständig benutzen können. Es geht darum, dass die Produktinformationen gesendet werden, dass sie ihre Entwicklung verbessern können. Das akzeptieren wir einfach. Drücken auf Weiter. Wir haben das Handbuch natürlich gelesen. Das habe ich euch im Unboxing-Video auch empfohlen. Lässt es euch ruhig einmal durch. Nicht studieren, aber einmal wissen, was da zu tun und zu lassen ist. Das akzeptieren wir also. Und als nächstes geht die Inbetriebnahme los. Wählen Sie OK. Starten Sie die Einrichtung mit Hilfe der Anleitung und Inbetriebnahme. Die habt ihr auch in der Packungsbelage dabei. Ist für uns jetzt nicht notwendig, weil ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Also starten wir das Ganze mit OK. Dann wird uns hier schön mit Bildern und Videos erklärt, was wir als nächstes tun müssen. Das ist die Patronen einzusetzen. Die müssen wir jetzt natürlich erstmal aus der Verpackung rausholen. Die haben wir hier schon mal hergeholt nochmal. Das kennt ihr ja schon. Dann holen wir uns einfach mal kurz die Patronen raus. So, dann haben wir die Patronen und können erstmal die Verpackung erstmal wieder beiseite legen. So sieht das Ganze aus. Hier seht ihr schon, die Patronen sind vernünftig eingepackt, vakuumisoliert, damit da nicht irgendwie eine Austrocknung stattfindet. Ihr müsst jetzt quasi bei jeder Patrone, habt ihr hier oben so einen Pull-Off-Kleber. Ihr müsst da einfach nach hinten abziehen und dann wird euch die Patrone schon freigegeben. Manchmal funktioniert das nicht, ihr müsst da nachsetzen. Einfach entfernen, die Klappe abmachen und dann könnt ihr die Patrone gleich so einsetzen. Empfehlen würde ich euch erstmal alle von der Verpackung zu befreien, dann die Klappe zu öffnen und die Patronen einzusetzen. Das machen wir mal eben kurz. Das ist ein bisschen langwierig und viel Müll. Aber es ist halt notwendig, damit die Patronen nicht eintrocknen bei der Lieferung. Packen wir erstmal alles zur Seite hier. Immer schön. Wichtig auch, wenn ihr die Klappe entfernt unten die Orangene, legt die Patrone nicht verkehrt rum hin und drückt auf die Seitenwände, weil dann kommt die Tinte raus. Dreht die Patrone um. Hier vorne ist eine Nase. Die könnt ihr dann quasi nutzen, um die Klappe nach vorne zu öffnen und abzuziehen. Nehmen wir uns die alle einfach in Reihe. Machen wir eben auch noch auf. Zack. Und wieder vorne die Nase öffnen, nach hinten abklappen und dann habt ihr die Patrone befreit vom Verpackungsmaterial. Dann noch die letzte, die Magenta. Und dann sind wir auch schon soweit, die Patronen dann auch einsetzen zu können. So, wie mache ich das? Ich öffne hier. An der Seite habt ihr zwei so Einbuchtungen. Da hebt ihr einfach die Klappe nach oben. Und dann fährt euch der Druckhopp wieder in die richtige Position. Da müsst ihr einen Moment warten. Und dann zeigen wir uns hier ja auf dem Bild, wie machen wir das. Die Verpackung haben wir schon entfernt. Und jetzt können wir nach dem Schemata, was Canon vorgibt, die Patronen einsetzen. Sprich, bei M die rote Magenta an die richtige Position setzen. Das Klicken und dieser Ton symbolisiert, dass die Patrone erkannt und eingesetzt wurde. Der Drucker prüft das aber gleich nochmal. Dazu gleich mehr. So, dann haben wir hier die nächste eingesetzt, die Zyren. Dann nehmen wir uns die dicke schwarze, PGBK genannt. Dann haben wir hier eine Yellow Patrone, die setzen wir auch noch ein, Gelb. Und nochmal die dünne schwarze, die rein für die Grafiken zuständig ist. Und dann haben wir alle fünf eingesetzt. Was als nächstes? Die Klappe schließen. Und auf die nächste Anweisung vom Drucker warten. Er teilt uns mit, die Abdeckung wurde geschlossen. Jetzt lädt er kurz, prüft die Patronen, ob die richtig eingesetzt wurden, an der richtigen Position. Ob sie vollständig sind und funktionieren. Wir sehen hier folgende Original-Tenten-Patronen wurden installiert. Und dahinter, seht ihr schön, da steht immer Setup. Was für euch wieder heißt, die Patronen sind nicht mit der originalen Füllmenge, sondern nur für den ersten Start ausgelegt. Jetzt prüft er das Ganze. Druckkopf-Ausrichtung wird vorbereitet. Legen Sie A4 Normalpapier in die Kassette und warten Sie einen Moment. Heißt, wir haben hier unten die Kassette, die ziehen wir langsam raus. Wir haben auch nochmal, ich muss nochmal ganz kurz zurück. Wir haben hier auch die Möglichkeit, uns unsere Anweisungen anzuschauen, was wir machen müssen. Da sagt er uns hier, Kassette vor dem Einlegen von Papier erweitern. Erweiterung hatten wir im Unboxing-Video. Ihr habt hier euren Druckpunkt, wo ihr die Kassette bewegen könnt. Je nachdem, was ihr für Papier einlegen wollt. Bei A4 ist es notwendig, dass ihr das nach hinten zieht, sonst kriegt ihr das Blatt nicht rein. Dann haben wir uns hier schon vorbereitet, Papier hingelegt, packen das in diese Kassette rein, schütteln uns das mal in die richtige Richtung und bringen das in die richtige Position, die Einstellung. Wichtig dabei ist, gebt dem Papier ein bisschen Spiel. Es ist nicht gut, wenn ihr das Spack dran macht, weil dann kann es sein, der Drucker kriegt das nicht gegriffen und nicht eingezogen. Die Rollen sind minimal mit Druck ausgelegt und es ist wichtig, dass da ein bisschen Spiel vorhanden ist. Stellt das ein und dann wackelt er nochmal kurz. Dann müsstet ihr hören, ich weiß nicht, ob man das im Video richtig hört, dass das Papier sich noch in der Kassette bewegt. Dann natürlich wieder unsere Abdeckung drauf und dann können wir die Papierkassette wieder einsetzen. Dann trifft er gerade nicht richtig. Zack. Dann ziehen wir ihn wieder rein, bis es klickt und dieser Ton erscheint. Dann könnte sicher sein, dass der Drucker das auch erkannt hat. Öffnen uns die Ausfuhr und warten, bis der Drucker soweit ist. So, jetzt hat er uns hier nochmal anhand von Bildchen gezeigt, was wir gerade gemacht haben. Abdeckung entfernt, die Papierkassette erweitert, Papier eingelegt, Abdeckung wieder drauf gelegt. Natürlich auch dafür gesorgt, dass die Einstellungen richtig gemacht wurden und die Kassette wieder rein. Dann können wir das Ganze beenden. Wir müssen jetzt noch einen kleinen Moment auf den Drucker warten. Der richtet gerade den Druckkopf aus. Was kann man noch zu dem Gerät sagen? Also ihr werdet feststellen, dass der unglaublich gut zu bedienen ist. Sehr, sehr benutzerfreundlich. Gerade für Endverbraucher, die nicht so technisch affin sind, ist das eine optimale Wahl. Und damit sind wir auch schon soweit. Der Drucker will die nächsten Anweisungen. Legen Sie A4 rein. Wir drücken das Ganze auf OK. Und jetzt wird der erste Testdruck ausgeübt. Dann haben wir hier schon die Testseite. Hier können wir schön erkennen, hier sind die Druckkopfmuster gedruckt worden. Das ist für die Ausrichtung zuständig. Die sind alle sehr in Ordnung. Also das kann ich auch nochmal hier schön zeigen. Jetzt müssen wir den weiteren Anweisungen folgen. Hier im Gerät sehen wir das wieder schön. Platzieren Sie das Papier mit dem gedruckten Muster. Wichtig, das gedruckte Muster muss auf der Auflagefläche nach unten sein. Sonst kann der Drucker nicht prüfen. Auf die Auflage und wählen Sie mit OK. Das machen wir jetzt einfach. Also öffnen wir die Klappe. Dann können wir hier erkennen, wir haben hier so ein paar Symbole. Haben so ein paar Einheiten hier liegen. Hier oben rechts ist ein Pfeil. Und wir haben hier auf dem Platten Pfeil. Also muss das Blatt auch in diese Ausrichtung gelegt werden. Das machen wir jetzt. Legen das Blatt uns auf, schieben es oben in die Ecke. Und dann schließen wir die Klappe. Und bestätigen den Vorgang mit OK. Dann fängt der Druckkopf an sich auszurichten. Prüft das Ganze und das dauert wirklich nicht lange. 10 Sekunden, dann ist er fertig damit. Und wir werden uns mitteilen, dass alles in Ordnung ist. Sofern das Gerät auch wirklich funktioniert. Jetzt sehen wir, die Druckkopfausrichtung ist abgeschlossen. Wir bestätigen das Ganze wieder mit OK. Und dann fliegen wir gleich in den WLAN-Modus. Sprich, er versucht jetzt quasi eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Das kann man in Form bei dem Gerät über eine LAN-Schnittstelle machen. Das heißt, ihr könnt direkt das Kabel anschließen und aus eurem Netzwerk rausdrucken. Mit dem Smartphone, mit dem Laptop, mit dem PC. Oder ihr holt ihn ins WLAN rein und dann ist das Gleiche auch möglich. So, die Verbindung kann nun hergestellt werden. Fahren Sie mit dem Vorgang fort und folgen Sie den Anweisungen unter Betriebnahme. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Moment warten. Weil der gerade noch nach dem Netzwerk hier sucht. Hier wird er in dem Fall jetzt noch nichts finden. Das würde ich euch in dem nächsten Video dann zeigen wollen. Das war die Ersteinrichtung. Mehr müsst ihr nicht machen. Dann könnt ihr anfangen zu drucken. Könnt die ersten Drucke von eurem PC aus starten. Könnt vielleicht eventuell auch über eine SD-Karte drucken. Mit eurem Smartphone, mit eurem Laptop. Überhaupt kein Problem. Und ja, das war es zu dem Video. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar da. Oder einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne einen Kommentar. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.